Ja, es freut mich, dass heute so viele Leute sich dafür interessieren, was in der Stadt alles passiert. Wir haben heute den Tag der Baustelle gehabt und es ist wirklich gut angenommen geworden. Man sieht einfach, was in der Stadt bewegt, was so alles tut, was neu entsteht. Die Stadt ist in Bewegung, es ist gut so und wir machen uns einfach Zukunft klima- und umweltfit, aber natürlich auch menschenfit für die Zukunft. Musik Der Grundgedanke der Veranstaltung war, dass wir die Menschen bestmöglich informieren, dass wir darauf vorbereiten, wo wir stehen mit einzelnen Projektabschnitten, was noch alles kommen wird und wie das Ganze ausschauen wird. Und vor allem auch, war es wichtig, dass wir die Betriebe, die mit dabei sind, die Unternehmer und die Investoren mit an Bord gehabt haben, dass die allen alles erklären. Und da erinnern, jetzt noch beim Juver, kann man einfach sehen, was für Größe, was für Ausmaß das Ganze hat, dass man sich richtig darauf freuen kann, wenn es losgeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017